Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine. Ja, in diesem Part trau ich mich mal etwas, nämlich an die letzte Mission von Porto de Oro. Die mag ich persönlich überhaupt nicht, einfach aus dem Grund, weil sie nicht einfach ist. Ein bisschen tricky ist sie, aber es müsste rein theoretisch zu schaffen sein, selbst für einen Typen wie mich. So, Yoshis Obst-Ovolus. Ja, das ist mir viel mehr eine Dot-Duo hier. Naja, gut. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf so ein Fruits-Dingsbums. Nein, wir müssen hier auf diese komischen Plattformen und die Fische zu Dingen machen und dann das rumdingsen. Okay, die tanzt hier ein bisschen rum. Das ist schön. Die Tutut-Schwestern sind hier. Ich darf sie nicht verpassen. Tutut-Schwestern, what the fuck? Alles klar. Auf dem Markt dort drüben wird re-reger Handel getrieben. Ja, äh, schön. Hallo, Ukulele-Mann. Paco-Fatune bei Solo und Luna ist ein Yoshi. Hast du ihn getroffen? Kannst du hier hoffen, der Zugang ist offen. Sehr drein. Okay, kann man hier eigentlich noch irgendwie blaue Münzen... Ja, kann man. Die 100 Münzen müssen wir hier auch noch holen. Das ist ein bisschen scheiße. Hallo, Brillen. Ach, da ist ja auch noch was. Ich liebe die Sonne, aber... Oh, sie ist so hell. Hier, Kleiner. Trage meine spezielle Sonnenbrille. Sehr cool. Yo, du bist gestylt. Sprich mich an, wenn du sie nicht mehr benötigst. Seht mich an. Bin ich nicht cool? Oh yeah. Aber sieht echt toll aus. Eigentlich würde ich mal sagen, um das Feeling nicht zu zerstören, nehmen wir mal die Brille wieder ab. Hast du genug? Sprich mit mir, wenn nicht die Sonne blendet, okay? Ach, Sonne blenden. Das ist doch herrlich. Naja. So, ähm... Sollen wir mal wieder dafür, dass ein paar Münzen regnen? Wenn das Ding mal Bock hat zu verschwinden, danke. So. Aha, nicht gewundert, wo ich das Geld herhabe? Nein. Ich bin auch nicht wirklich verwundert. So, okay. So, stellen wir uns mal an den Rand, damit es ein bisschen gefährlich aussieht. Und holen uns diese Münzen. Die sich fast schon wieder in die Wand reingelitscht. So, ähm... Willkommen jetzt schon mal zu dem Yoshi-Gehen. Diese Leute, die dort bahnen. Ich finde es immer schön, in der letzten Mission hat keiner wirklich ein Problem. Das ist irgendwie nur noch so... so Bonus quasi. Das... das finde ich total cool. Das hat total entspannte Atmosphäre. Hallo. Die Tutu-Schwestern sind hier. Wow. Heute muss ich daher eher Schluss machen. Ähm... Weil, wer sind die Tutu-Schwestern? Das würde mich interessieren. Dieses komische Klatsch-Klatsch-Klatsch geht ein bisschen auf die Nerven. Ist die eigentlich noch zu? Nö. Ach, sind das die Tutu-Schwestern? Autsch. Mit denen drehen wir gleich. Wow. Tutu-Tut. Ich möchte für mal tanzen. Okay. Wow. Tutu-Tut. Das war eine tolle Begrüßung. Das war extra klasse. Tutu-Tut. What the fuck? Wenn die nicht ganz synchron sind, liebe ich jeden Tanz. Tutu-Tut. Was zur Hölle? Entschuldigung. Mach bitte Platz. Tutu-Tut. Okay. Warum sind Fans so angezogen und so schmutzig? Es nervt. Tutu-Tut. Die sind gruselig. Darf ich das mal so sagen? So, Yoshi. Was verlangst du denn? Das ist so eine... Put-Put-Fucht. Ja, nein. Oh, hey. Tust du mir einen Gefallen und gehst auf das Silo? Das ist ein Schalter, auf den du springen solltest. Es scheint das Obst im Ohr festzustecken. Okay. Ah, nee. Stimmt, das war ja weiter oben. Nee, nee, nee. So, ähm. Ach, nee. So kann man ja keinen Wandsprung ausführen. Machen wir es halt so. Und? Reicht das noch von der Würde, yo? Das Interessante ist, da kommt unendlich viel Obst raus. Ich weiß nicht, wie viel Obst die da reingesteckt haben, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Nein, das wollen wir alles nicht. No. Du hast hier neben dem Geflogen. Heilige Scheiße. Hallo. So, machen wir mal hier ein bisschen Platz. Okay, das war scheiße. Nein, das funktioniert so nicht. So, nochmal hier rauf. Ja, und wenn es so weiter geht, haben wir gleich kein Wasser mehr. Nein, das will ich doch gar nicht haben. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, genau das will ich ja haben. So, aua. Hat ein bisschen weh getan. Das war easy. Boah, locker. So, hallo, was hast du denn zu... Nein. Nein, geht bald nach Hause zurück. Wie traurig. Okay. Oh, hallo. Ich möchte euch ablecken. Also. Fährt das Ding jetzt? Ja, es fährt tatsächlich. Nice. So, okay. Okay, ähm... Das ist jetzt, äh... Das ist der ganze Trick bei der Sache. Da muss ja auch noch was... Hm, da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Oh Gott. Ähm, Moment. Nein, fahr nicht weg. Ich brauche dich doch. Da geht es nun dahin. Lebe wohl. Okay. Ähm. Warte mal weg. Ich habe nicht mehr viel Energie. Das ist nur ein bisschen scheiße hier. Wo ist unser Fisch? Fisch? Ach da. Hallo, Fisch. Ja, das funktioniert schon mal gut. Interessant. Wie sollen wir das jetzt machen? Oh, das war so knapp, ey. Heilige Scheiße. Gehen wir jetzt hier hin? Oh, da ist ja was. Okay, das kriegen wir so nicht weg. Das kriegen wir so ganz langsam weg. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Das müssen wir uns leider ein bisschen beeilen. Das gefällt mir nicht so. Nein. Warum? Warum? Warum tut mir so etwas Schreckliches an? Warum tut mir so etwas Schreckliches an? Das gefällt mir nicht. Ich mag diese Mission absolut nicht. Okay, aber schnappen wir uns mal diese Düse hier. Okay, dann schwimmen wir halt da einfach hin. Meine Güte. Warum hätten die nicht eine andere Mission machen können? Das wäre auch viel angenehmer gewesen. Habe ich diesen Scheiß nicht geschafft. Ach, da hinten musste ich hin. Oh, danke, dass ich das nicht schaffe. Und schön, dass du nicht springst. Hallo, M. Na? Wie wär's? Wir zwei? Hier allein? Wie das Ding schon fast runterfällt. Finde ich sehr interessant. So, dann müssen wir dieses ganze Prozedere noch einmal machen. Was ein bisschen lästig ist, aber hey, meine Güte, wir haben ja heute nichts weiter vor. Deswegen machen wir das einfach mal. Okay, das hat noch funktioniert. So, hier wird wilder Handel getrieben. Der verlangt schon wieder so ein Shit. Ich möchte das aber nicht. Kannst du nicht irgendwas benutzen wie... Alles handeln? Hm. Na gut, okay. Versuchen wir unser Glück. Vielleicht kommt es ja sofort raus und wir haben Glück. So. Hallo, du Sonnen-Gucker. Ey, wie gut wir zielen können, ist ja der Wahnsinn hier. Aber dann versuchen wir mal nochmal unser Glück. So, dann fahr mal hier los. Du schaffst das, ich glaube an dich. Und das sind eigentlich diese Zwischenstationen, dass man irgendwie mit dieser Düse vorbeikommt wahrscheinlich. Also mit dieser normalen Schwebedüse. Obwohl ich das hier mit dieser Raketendüse viel angenehmer finde oder so. Keine Ahnung, wozu das... Was man sowieso nicht schaffen kann. Warum hast du das jetzt nicht geschafft? What the fuck? Diese Sinnlosigkeit einfach. Ich hasse das. Das hätte jetzt eigentlich funktionieren müssen. Aber meine Güte... Ey, das ist ja kein Problem hier. Wir können das ja auch so schaffen. Ist ja alles total easy hier. Okay. So, dann geh mal wieder her, den Shit hier. Der verlangt immer noch diesen Scheiß. Na ja, gut. Soll er halt seinen Scheiß bekommen. Und wir springen einfach gekonnt dran vorbei. Ich meine, sowas macht natürlich riesen Spaß. Ja, ja, ja. So, Scheider. Keine Bananen. Der braucht dann bitte schön heutzutage Bananen. Niemand mehr isst Bananen. Na gut, außer jeder Mensch. Ernsthaft? Guck mal, war das Ding irgendwie... Die Krise. Was will ich denn hier im Wasser? Nix. So. Jetzt komm mal runter hier. Danke. So, diese Mission. Nee, ist der Wahnsinn. Okay, ich glitsche mich durch dieses Gitter durch. Das ist natürlich auch eine Option. Vertrauen wir uns mal... ...an einem weiteren Versuch. Und irgendwie... ...uns nimmt die Steuerung gerade gar nicht. Danke. So, Ananas will keine Sau. Also, ich hätte nichts dagegen, aber Yoshi will ja nicht. Banane. Schön, danke auch. Vorbeigesprungen. Super, läuft. Ich hab wieder genug Zielwasser getrunken. Das ist auch nicht gerade das, was ich will. Ich find so toll, wie die fliegen. Okay, das fliegt in die richtige Richtung. Wo ist es hin? Okay, danke. Danke. Wag es dir ja nicht ins Wasser zu fallen. Na, äh. Was hat das Ding so abgeht? Das ist ja... Der... Der... Nein. Danke. Nein. Wie zur Hölle kommt der Scheiß jetzt in der Dauer? Okay, das Ding ist Geschichte. Lang lief es nicht mehr so gut wie jetzt. Mein ganz im Ernst. Lang lief es nicht mehr so gut. So. Jetzt haben wir das. Und das Schöne in diesem Part. Und das Schöne ist, in diesem Part haben wir noch nichts erreicht. Ich muss sagen, das ist sehr motivierend und wir haben bei keinem Wasser mehr. So. Jetzt will ich aber dich. I want you. So. Jetzt ganz sachte. Schön. Na, wir haben kein Wasser mehr. Ist das nicht toll? Das ist herrlich. So herrlich. Danke. Moshi. So. Na denn. Auf einen dritten Versuch. Meistens klappt es ja beim dritten Versuch. Was ich hier aber ein bisschen bezweifle. In diesem Fall war es immer der Erste der Beste. Und ähm. Ja. Es wird gar einen besseren geben. Okay. Das hat nicht funktioniert. Der muss relativ früh ansetzen. Wie das nicht funktioniert. Ach, wisst ihr was? Ich mach irgendwas anderes. Ich hab keine Lust auf diesen Müll. Ich hab was besseres zu tun als diese scheiß Mission. Also Leute, es tut mir leid, aber ich mag diese Mission überhaupt nicht. Ich mach die irgendwann ein andermal, wenn ich mehr Lust drauf habe. Was vielleicht ein bisschen dauern wird. Jetzt ist die Frage, was kann man noch machen? Wirklich auf was Lust habe ich jetzt nicht. Hm. Autsch. Autsch. So rein theoretisch wäre ja diese Welt die nächste Welt, die wir anstreben müssten. Aber da ich darauf genauso wenig Lust habe, werden wir einfach jetzt hier den Part beenden. Und ich fahre einfach, beziehungsweise ich laufe hier einfach ein bisschen crazy cranky durch die Innenstadt hier. Yay. Weeeeee. 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 Ein bisschen Party fahrensteigen hier. Okay. Gut, ähm. Ich glaube, es war genug Abspacken für heute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.